ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen test video hier auf dem arzenberger online kanal wie immer freue ich mich dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes video anschaut denn heute gibt es das hier bei mir wir haben grison den softcake der saison diesmal in der geschmacksrichtung ananas jawohl das ist ein zartes gebäck mit fruchtiger füllung mit ananas saft aus ananas konzentrat und schokolade hier seht ihr schon wie sie gleich aussehen werden wir haben zweimal 150 gramm bezahlt habe ich dafür 1,49 euro und gekauft habe ich die sorte bei word of sweets ja ich sag mal so diese softcakes mag ich eigentlich sehr sehr gerne wenn die frage ist jetzt wie das mit ananas schmecken wird ich stelle es mir relativ lecker vor aber dass wir jetzt natürlich herausfinden denn ihr wisst genau auf meinem kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der geschmack also wird wie immer auf damit und raus damit so hier sind sie dann mal ganz normal so kennen wir sehen alles klar ich lege sie wie immer ein wenig anders hin und dann geht es los und da geht es schon weiter ihr seht der testteller ist gefüllt ich habe oben die verpackung hingelegt darunter zwei kekse einen normalen und einen habe ich schon in der mitte zerteilt wir schauen mal hinein wie er von innen ausschaut ja das kommt dem bild der verpackung relativ nahe würde ich sagen kennt ihr auch den aufbau oben schokolade dann diese glibberige fruchtschicht sage ich jetzt einfach mal und hier unten ist dann der keks würde ich probiere jetzt mal also großmäßig wirklich schon sehr lecker nach ananas ich weiß mal ein super ist echt lecker also wie erwartet wirklich ein schön intensiver ananas geschmack von dieser fruchtcreme die da in der mitte ist haben wir oben diese schön zart schmelzende schokolade die ist sehr sehr dünn ja dann und dieser ganz weiche softe keks ja wirklich eine sehr sehr leckere neue sorte ja ich hoffe die sorte wird auf jeden fall auch was länger geben also mir schmeckt die richtig gut vor allem diese schöne füllung die nach ananas schmeckt richtig gut nicht zu süß kann sofort raus schmecken was es sein soll also wirklich genial schön fruchtig mega dann zeige ich euch jetzt die rückseite der verpackung mit den zutaten mit den nährwerten und dann gibt es schon meine bewertung ich vergebe den doppel daumen nach oben für den gris von softcake der saison in der sorte ananas schmeckt mir richtig gut würde ich mir auf jeden fall noch mal kaufen absolut genial für leute die ananas mögen und den softcake schon kennen und meine andere geschmacksrichtung ausprobieren wollen den empfehle ich das ganze auf jeden fall auch falls sie die sorte noch gar nicht kennt einfach mal mitnehmen und probieren und begeistert sein ja das war's schon wieder freut mit meinem kleinen test video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja wie immer ich würde mich sehr über einen daumen nach oben freuen schreibt mir einen kommentar ganz besonders würde ich mich natürlich freuen wenn ihr meinen kanal abonnieren würdet nicht vergessen morgen gibt schon das nächste video bei mir also einfach mal reinschauen das war's für heute vielen dank fürs zuschauen macht's gut und bis zum nächsten video sagt euer atzenberger